Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Bundesligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion einer alten Försterei vor 22.012 Zuschauern. 2 zu 1 für den 1. FC Union Berlin bei uns in der Pressekonferenz. Die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen vom SC Freiburg Christian Streich und vom 1. FC Union Berlin Marco Grote. Christian Streich, der Gästetrainer, darf natürlich wie immer beginnen, dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch für Union Berlin. Ich war maximal unter Druck und habe es geschafft, das Spiel zu gewinnen und in der Klasse zu bleiben. Das ist ein großer Erfolg nach so einer schwierigen Saison. Solche Saison gibt es zu uns. Wir können jetzt alles Mögliche aufzählen. Fakt ist, dass ich nicht in der Lage war, in den letzten Spielen die Energie so zu bündeln, die allerletzte, um es zu schaffen, in den Europapokal zu kommen. Und deshalb ist das jetzt dieser heutige Tag, der jetzt sozusagen der letzte ist von mir als Trainer beim SC Freiburg, ein für mich persönlich sehr enttäuschender Tag, weil ich sehr enttäuscht bin über mich selber. Das ist so. Tut mir leid für die Fans jetzt und für die Mannschaft. Und da bleibt jetzt nichts im Moment. Außerdem bedanke ich mich bei allen herzlich. Alle Journalisten für die viele Jahre, für die Fairness, die überwiegende Fairness. Und vielleicht hat es ja auch was Gutes, dass die Julian und mit dem Trainer dann jetzt beim SC jede Woche trainieren können. Für mich ist natürlich jetzt die maximale Enttäuschung. Dankeschön vielmals. Dankeschön, Christian Streich. Marco, dein Fazit zur Partie heute. Ja, verzeihen Sie es mir, wenn ich jetzt nicht so alle Details so richtig zusammenkriege. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Es war, glaube ich, ein sehr intensives und kämpftes Spiel von Beginn an mit verschiedenen Passagen, wo wir auch tiefer verteidigen mussten. In der einen oder anderen Situation dann auch vielleicht das Glück des Tüchtigen hatten. Trotzdem auch gute Umschaltaktionen und auch Möglichkeiten. Dann gibt es dann halt an diesem letzten Spieltag immer so den einen oder anderen Aspekt, den es dann auch zu berücksichtigen galt. Die Möglichkeit war dann natürlich auch irgendwo da zu sagen, wir gehen das ganze Ding noch einen Schritt offensiver an. Das haben wir getan, haben das 1 zu 0 gemacht. Das Ganze ändert sich dann wieder mit dem 1 zu 1. Also danach dann ja schon und dann nochmal mit dem 1 zu 1. Am Ende ist es, glaube ich, alles so ein bisschen alte Försterei. Union Berlin, Dramaturgie mit allem Pipapo. Mit dem Elfmeterschießen müssen wir vielleicht nochmal irgendwie gucken, zumindest in meiner Zeit, in der ich jetzt hier daran beteiligt war. Am Ende ist der Abprallereien und ich glaube einfach, dass das ein wahnsinnig tolles Gefühl für viele Menschen ist, die sehr gebankt haben, gezittert haben, immer da waren, so wie es vermutlich, das kann ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen, aber immer hier so war. Dieses Gefühl war die ganze Woche da. Krasse Stimmung in der alten Försterei, ständig dran zu glauben, zu pushen. Die Spiele auch, auch nicht so einfach. Also Elfmeter verschießen, trotzdem dran zu bleiben, dann zu verteidigen, Ausgleich und nochmal wieder die Kurve zu kriegen, um das Spiel für sich zu entscheiden, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, kann ich auch nur von außen so einschätzen und beurteilen. War bei vielen Dingen letzten Endes auch nur Fan, Zuschauer, Mitarbeiter. Champions League Saison ganz wahnsinnig viele Erlebnisse. Es spricht für alle in diesem Verein, für die Spieler. Es war schön, das eben einfach zu sehen, wie ausgelassen sie gefeiert haben, wie viel Druck da tatsächlich abgefallen ist, welche Erleichterung und wie sie sich das auch erlaufen, erkämpft und erspielt haben und am Ende auch verteidigt haben und Union Berlin zurecht nochmal ein weiteres Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga sein darf. Ich überdies verstehe das, wenn ein Trainer so lange Jahre mit dabei ist, nehme ich mal jetzt für mich so, komme er eher so aus einer anderen Schiene, wo Herr Streich früher auch mal war. Und dann ist das sicherlich schade und bitter, wenn man dann dieses letzte Ziel erreicht. Und die Ertäuschung kann ich auch sehr gut verstehen. Aber es hat mich sehr gefreut, dass wir uns vor dem Spiel durch Zufall in der einen Ecke noch kurz gesehen haben, ein bisschen geschnackt haben. Es war mir eine Freude, sie kennenlernen zu dürfen. Ich konnte sie auch letzten Endes über all die Jahre nur von außen betrachten. Was für ein Job, was für eine Zeit, was für Erfolge und in welcher Art und Weise. Gratulation dazu und vielen Dank, dass ich sie auch so kennenlernen durfte. Dankeschön, Marco Grote. Gibt es Fragen? Dann reichen wir das Mikrofon zu. Michael Färber beginnt. Danach gehen wir zu Ernest Klimburg und Nils Malzahn. Ja, gleich eine Frage an Herrn Grote. Das klang jetzt trotz alledem sehr sachlich. Beschreiben Sie mal Ihren emotionalen Zustand im Moment des Abpfiffes, bitte. Ich bin jetzt auch relativ sachlich. Also bin ich eigentlich im Allgemeinen, auch wenn Sie es nicht glauben, tatsächlich eher ruhigerer Mensch. Und dann ist es schon mal so beim Fußball in der Coachingzone oder manchmal auch in Besprechungen oder in Inhalten will man bestimmte Dinge. Und dann gehört es auch dazu, sie einzufordern, zu wiederholen, zu üben, zu helfen, zu pushen, zu emotionalisieren. Das gehört dann ein Stück weit zum Job. Das gehört auch zu mir als Menschen, als Person. Aber vom Grundsatz her bin ich auch so. Janis Klimburg, bitte. Ja, moin Marco. Erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Kannst du einmal sagen, was die Mannschaft denn jetzt anders gemacht hat als in Köln? War es einfach der Unterschied, dass heute die Grundtumenden über 90 Minuten gezeigt worden sind? Oder was würdest du da anführen? Da sind wir bei den konkreten Inhalten. Ja, also wie gesagt, ich hatte das ja auch schon versucht. Ich verstehe das auch alles. Klar, 2-0-Führung, am Ende 3-2. Und das Ergebnis ist dann immer etwas. Das war ja heute auch spitz auf Knopf. So ehrlich müssen wir ja auch sein. Also, und das war es in Köln eben auch. Und da waren dann in den letzten Minuten vor allen Dingen, und da führt natürlich auch ein Weg dahin, das eine oder andere, was dann eben nicht gereicht hat. Insgesamt kann ich nur wieder wiederholen, das war die ganze Zeit meine Überzeugung, mein Glaube und auch mein Wissen, weil ich sie kenne, weil ich sie auch kannte aus dem November. Klar, nochmal eine andere Situation, die sich dann im Laufe der Zeit nochmal so verschärft hat oder entwickelt hat. Aber gute Spieler. Einfach gute Spieler. Gute Menschen übrigens auch. Also in einem Zusammenhalt. Und das haben sie heute von der ersten bis zur allerletzten Minute zusammen. Egal wann, wer, in welcher Rolle, was nötig war. Egal mit welchem Spieler, von welchem Zeitpunkt hochgradig ausgelebt. Nils Malzahn, bitte. Marco, Glückwunsch auch von mir. Ich weiß, es ist jetzt kurz nach dem Spiel und noch nicht der Zeit für Rückblicke, aber ein kurzer Rückblick vielleicht auf diese zwei Wochen mit der Traumatologie von letzter Woche in der Nachspielzeit verloren, heute in der Nachspielzeit gewonnen. Waren das so die zwei intensivsten Wochen in deinem Trainerleben? Also letzten Endes lebt ja jeder den Job so, wie er es für richtig hält. Ich lebe den Monat eh schon intensiv. Also macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich bin gerne Fußballtrainer. Dann ist es schon jetzt so, dass es unter bestimmten Aspekten dann vermutlich noch ein bisschen intensiver war. Ändert aber nichts am Spaß. Also hatte ich jeden Tag. Können Sie mir glauben. Also habe ich auch versucht rüberzubringen. Und war auch so. Ist auch so. Auch unabhängig vom 1. FC Köln. Überzeugung, Inhalte, Zusammenarbeit. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Ob damals im November als auch jetzt zusammenzuarbeiten. Mit jedem einzelnen Spieler. Jedes einzelne Gespräch. Egal wie, was, wo. Und das sind immer irgendwo auch menschliche Aspekte und Befindlichkeiten aus verschiedensten Situationen. Und alles gehört einfach mit dazu. Ja, war morgens hier rein um 8. Und war schön. Wetter war auch noch schön übrigens. Und raus abends war auch schön. Dann vielleicht ein bisschen müder. Aber es ist intensiv gewesen. Mir hat jeder Tag unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bitte um Verständnis, dass wir an der Stelle uns verabschieden aus dieser Pressekonferenz. Es ist ein sehr emotionaler Moment für beide. Ich sage Respekt. Dankeschön. Es war uns eine Ehre. Und ganz, ganz oft auch ein großes Vergnügen. Christian Streich. Und wir sind ein bisschen stolz darauf, diesen Moment heute hier mit Ihnen teilen zu dürfen. Dankeschön. A秀 • Vielen Dank.